Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Der Angriff Steiner hat mich verlogen. Nichts als Feindlinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen ist ungeheuerlich. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang, dass das Militär mal eine Aktion im Loppehiedert hat. Es hat mich jeden nur als witzigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf Mist gesteigt, ganz Europa erobert! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen.